Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es ist wieder mal soweit für einen Haul. Ich habe irgendwie so das Gefühl, ich lade nur noch Hauls drauf, aber so ist es halt. Man zieht um eine neue Wohnung, die erste eigene Wohnung sowieso. Und es ist Frühling, das heißt neue Sachen überall bei der Kleidung, überall und eben auch im Haushalt oder Dekobereich. Und deshalb zeige ich euch jetzt einen ziemlich grossen Deko Home Haul. Denn ich war wirklich ziemlich einkaufen bei Maison du Monde. Ich weiß nicht, ob ihr das Geschäft kennt. Ich kannte es auf jeden Fall nicht. Deshalb vielleicht auch einen grossen Haul. Wirklich Stunden auf diesem Onlineshop verbracht, denn sie haben einfach so schöne Sachen. Wirklich mega schön. Und alles mit Kupfer und Gold und Rosa und auch ganz andere Formen, was wirklich alles kreuz und quer. Falls euch das Video gefällt, lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da. Falls euch auch solche Hauls und Frühlings und Dekosachen sowieso gefallen, sowieso. Und ja, ihr dürft natürlich auch sehr, sehr gerne hier unten abonnieren. Dann verpasst ihr keine Videos mehr von mir, denn es folgen bestimmt jede Woche wieder ein neues Video. Und dann starten wir jetzt aber wirklich definitiv mit dem Video. Und zwar habe ich hier das erste Produkt so speziell. Nein, einfach so ein Füllkissen gekauft. So ein langes, rechteckiges. Denn ich habe mir... Oh, das ist das falsche Kissen. Denn ich habe mir einen Kissenbezug für dieses Kissen gekauft. Aber ich habe mir auch diesen mega süßen Kissenbezug gekauft. Oh, ist der nicht schön? Mit Kupfer und Rosa und Grau und so. So schön. Mega schön. Was ich mir auch noch gekauft habe, ist das hier. Und zwar dachte ich mir, könnten wir das so bei der Garderobe im Flur aufhängen. Denn dort kann man dann die Schlüssel dranhängen, die Briefe oder so, die gerade gekommen sind. Entschuldigung. Ich war die letzte Woche erkältet. Ja, das ist einfach mega süß, finde ich. Und ja, super zum Organisieren. Ich liebe ja solche Sachen. Und deshalb habe ich mir das auch gekauft. Und jetzt... Oh, das erste Kupfer-Teil. Uh, diese mega coole Wanduhr. Oh mein Gott. Kupfer. Oh, ich liebe die. Es ist wirklich... So schön. Einfach weiß mit Kupfer. Was braucht man mehr? Nichts. Nein. Einfach nichts. So schön. Jetzt kommt der Kissenbezug für das erste Füllkissen. Und zwar der hier. Der ist einfach so weich und... Weich. Weiß, wollte ich sagen. Aber auch mega weich. Und er hat auch solche golden, grau, rosa Töne dabei. Oh, genau. Meine Form. Oh, superschön. Der Frühling kann kommen. Oh, ich freue mich so auf die Wohnung. Und ich freue mich auch dann eine Roomtour für euch zu machen, falls ihr das möchtet. Oh. Es wird so schön. Das wollte ich mir auch schon lange kaufen oder selber machen, denn ich habe es bis jetzt noch nie irgendwo gesehen, außer auf diesem Onlineshop. Und zwar ist es das hier. Oh, ich finde das so cool. Das ist so ein Gitter. Natürlich in Kupfer. Wo man dann solche Postkarten oder Sachen, die man erledigen muss oder so, hinhängen kann. Fotos. Ich habe vor, so kleine Polaroid-Fotos hier hin zu hängen. Sieht bestimmt mega cool aus. Und ja. Habe ich mir auch das gekauft. Dann habe ich mir noch so einen Teppich, so einen Vorlegeteppich. Happy Home. Oh, ist der nicht süß? Ich habe mega Freude an dem. Diesen Spiegel finde ich auch mega schön. Ist einfach so hier Kupfer, dann hier so ein Lederband und einfach rund. Und ich dachte mir, der sieht bestimmt auch. Nein, er ist kaputt. Nein. Könnt ihr das sehen hier? Kaputt. Ich wollte den eigentlich so bei meinem Schminktisch dann aufhängen, um mich zu schminken. Denn der Spiegel selbst ist wirklich mega gut. Bin ich sogar überrascht davon. Und ja, dann wird es mich wahrscheinlich auch nicht so gross stören. Ist ja zum Glück am Rande und nichts mit drin. Dann habe ich mir auch noch Tischsitz gekauft. Einfach so für meinen Freund und mich. Für jeden Tag. Solche ganz normalen Plastiktischsitz. Aber ich fand irgendwie die Mustern mega cool. Auch jetzt so halt mit diesen angesagten Farben und so. Und Tischsitz braucht man sowieso immer. Und jetzt halt in diesen Farben und Mustern ganz besonders. Ja, dann habe ich noch drei Dinge. Drei Dinge aus Kupfer. Nein, stimmt nicht. Eines aus Gold. Gold. Goldfarben. Und zwar habe ich das hier gekauft. Und zwar ist es so zum Organisieren. Auch so aus Kupfer. Und ich dachte mir, da könnte ich vielleicht dann so das auf meinen Schminktisch stellen. Und dann meine Paletten, die ich meistens benutze, hineingeben. Oder sonst, je nachdem beim Schreibtisch, für Briefe, Rechnungen, die anstehen oder so. Was auch noch aus Kupfer ist und das zweitletzte Teil, ist diese Lampe hier. So dann irgendwie sieht das aus. Die stelle ich mir dann auf meinen Schreibtisch. Werde ich euch dann mal zeigen. Seht ihr ja dann in den Videos hier hinten dann irgendwo. Wird die dann stehen. Dann kommen wir zum letzten Produkt. Und zwar zu dieser Früchteschale. Dafür wollte ich sie eigentlich benutzen. Ich muss mal schauen, denn die ist so groß. Ich dachte mir nicht, dass die so groß sind. Ja, die Hindernisse beim Online-Shopping. Also das gefällt mir auch mega. Es ist nur etwas groß. Für so einen Früchtekolb. Ich meine, da kann man irgendwie tausend Früchte reinlegen. Aber, ja. Ich dachte mir, die sieht mega schön aus. Dann so am Ende des Tisches. Früchte hinein oder sonst jetzt irgendwas anderes. Ich werde auf jeden Fall eine Verwendung dafür finden. Vielleicht finde ich sie jetzt auch nur so groß, weil es keine Früchte drin hat. Aber ich finde die allgemein einfach super schön. Das war es dann schon mit meinem Frühlings Home Haul von Maison du Monde. Wirklich, ja. Alles war von Maison du Monde. Weil ich habe diesen Laden neu entdeckt und habe mir natürlich ganz viele Dinge gekauft. Und, ja. Ich freue mich so. Es ist Frühling. Endlich Frühling. Wärme. Sonnenschein. Wieder auf der Terrasse oder auf dem Balkon sitzen. Die Sonne etwas genießen. Und, ja. Einfach Frühling. Es geht mir schon viel besser. Und euch bestimmt auch, wenn die Sonne scheint und es einfach schönes Wetter ist. Und, ja. Dann würde ich sagen, war es das mit dem Video. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video. Nächste Woche am Sonntag. Nicht vergessen. Um 15 Uhr. Bis dann. Eine schöne Woche. Bis dann. Tschüss.